So, ich grüße euch zurück. Das ist immer noch das Chapter 9 und das ist das Video 57. Okay, wir nähern uns der Implementation von unseren Priority Queues. Okay, ich grüße euch. Wir haben Priority Queues im Einsatz schon gesehen im letzten Video 56, als wir damit Heapsort implementiert haben. Hat ja ganz gut so funktioniert. Hat zu einem Sortieralgorithmus geführt, der in die gleiche Komplexitätsklasse wie Merge oder Quick Sort gehört und damit Insertion Sort tatsächlich auf den letzten, mindestens zweiten Platz verweist. Okay, darum ist es wirklich interessant, mal hinter die Implementation von Priority Queues zu schauen. Und jetzt ist schon mehrfach das Wort Heap gefallen. Heaps, das ist die Implementationsdatenstruktur, die wir benutzen werden, um Priority Queues tatsächlich zu realisieren. Wenn man genauer auf Heaps schaut, dann sieht man, dass das sogenannte Baumstrukturen sind, und zwar Binärbäume. Jeder, der mit uns durch die Informatik 1 gegangen ist, der weiß inzwischen, was Binärbäume sind. Weil die aber einige Kommilitonen unter uns sind, die von der Seite eingestiegen sind, nochmal herzlich willkommen, und die wir an der Stelle irgendwie natürlich weiterhin mitnehmen wollen, mache ich hier einen kurzen Einschub dazu und sage ein paar Worte dazu, was denn Binärbäume tatsächlich sind. Okay, und die beiden folgenden Folien besprechen dann, wie Heaps tatsächlich ganz spezifische, spezielle Binärbäume sind. Okay, ich denke, das sind dann alle Vorbereitungen, die wir brauchen, um tatsächlich C0-Code zu schreiben. Aber erstmal in diesem Video ein paar generelle Bemerkungen zu Baumstrukturen. Okay, und zwar zu Binärbäumen. Wo das Binär herkommt, werden wir gleich sehen. Okay, Binärbäume sind so, wie so viele andere Datenstrukturen, die wir jetzt in der Informatik 1 und 2 besprochen haben, tatsächlich Containerdatenstrukturen, die andere Elemente aufnehmen und zusammenhalten können. Okay, Bäume kommen mit einer ganz eigenen Terminologie. Okay, und die Elemente, die man in so einem Baumcontainer speichert, die werden normalerweise auch Knoten genannt. Und wenn wir jetzt auf diese Slides schauen und auch auf die kommenden Slides im Rest der Vorlesung, werde ich versuchen, immer grafische Darstellungen dieser Bäume zu finden, in denen die Knoten hier in solchen Kreisen irgendwie notiert sind. Okay, ein Baum ist keine lineare Datenstruktur, wie es zum Beispiel Stacks, Cues oder einfache lineare Listen sind. Bäume bauen eine Hierarchie zwischen ihren Elementen, zwischen ihren Knoten auf. Okay, und in dieser Hierarchie, in so einer Baum-Hierarchie, gibt es immer einen ausgewiesenen Knoten, den hier an der Spitze. Das ist der sogenannte Wurzelknoten oder der Root-Node. Okay, der steht immer ganz oben an der Spitze der Hierarchie. Alle anderen Knoten, ihr seht hier gleich noch mehrere Knoten angeordnet, die ich alle jetzt hier von 1 bis 6 irgendwie durchnummeriert habe, die ordnen sich alle unterhalb der Wurzel an. Also ganz anders als in der Natur, wo irgendwie die Wurzel eines Baumes unten im Boden sitzt und der ganze Baum da drüber wächst, ist die typische grafische Darstellung für Bäume in der Informatik. Oben steht die Wurzel, da, wo ich es hier gerade gehighlighted habe, und der ganze Baum wächst dann nach unten. Okay, das sind einfach die typischen Darstellungen, die man da draußen findet. Alle andere Darstellungen, vielleicht werde ich die horizontal verlaufen und so, sind genauso valide. Die typischen Darstellungen, die ihr in Textbooks findet und die ihr auf den Folien findet, sind die mit der Wurzel oben. Okay, also der Wurzel, hier der Wurzelknoten, der mit der Nummer 1 steht hier ganz oben. Alles klar. Alle Knoten tragen hier sogenannte Markierungen oder Labels. In diesem Fall jetzt die Labels 1 bis 6. Okay, das ist der Platz, an dem so ein Baum tatsächlich Nutzinformationen über seine Knoten, die er gespeichert hat, aufbewahrt. Okay, zur Zeit sind das nur offentlichlich nur einfache Integers, die wir da aufbewahren. Und auch, wenn wir jetzt dann unsere Heaps besprechen, die tatsächlich zur Implementation von Priority Queues eingesetzt werden, auch die werden Knoten tragen, an denen die Labels, die Markierungen der Knoten, tatsächlich einfache Integers sind. Aber niemand hält uns auf, hier innerhalb eines solchen Knotens, wo jetzt hier die 1 steht, tatsächlich beliebig komplexe Informationen aufzubewahren. Okay, zur Zeit sind Integers, aber ihr könnt euch beliebig andere Labeltypen hier an der Stelle irgendwie vorstellen. Okay, unterhalb eines Knotens, zum Beispiel auch unterhalb dieser Wurzel, befinden sich die sogenannten Child Nodes oder die Kindknoten eines Knotens. Okay, weil wir von Binärbäumen sprechen und genau daher kommt die Terminologie, gibt es die Restriktion, dass jeder Knoten maximal zwei Kindquoten, zwei Nachfolger in dieser hierarchischen Struktur besitzen darf. Der Knoten 1 hier hat die Nachfolger 2 und 3. Alles klar, der Knoten 2 hat die Nachfolger 4 und 5. Knoten, Kindknoten oder Child Note, Kindknoten oder Child Note, Left Child, Right Child. Macht Sinn, von Left und Right Child zu geben, es gibt nämlich keine anderen. Wir haben maximal zwei Nachfolger, zwei Kindknoten unter jedem Knoten. Es müssen nicht immer genau zwei Nachfolger sein. Guckt euch den Knoten 3 hier an der Stelle an, der nur genau einen Nachfolger hat, nämlich den hier mit der Nummer 6, mit dem Label 6. Okay, also 6 ist das linke Kind vom Knoten mit dem Label 3. Es gibt kein rechtes Kind an der Stelle. Okay, das wäre die Terminologie. Das war jetzt aus der Sicht des Knotens auf seine Kinder geschaut, aus der Sicht des Kindknotens auf den darüber liegenden Knoten geschaut. Die Terminologie dazu ist, dass aus der Sicht des Knotens 6, der Knoten 3, der sogenannte Parent oder Vaterknoten ist. Aus der Sicht des Knotens 3 gibt es den Parent Node 1. Übrigens hat der Knoten 2 auch den gleichen Parent Node 1. Jeder Knoten hat genau einen Parent Node, es sei denn, er ist die Wurzel. Überhalb der Wurzel gibt es keinen weiteren Parent Node, das macht die Wurzel zu einem ganz speziellen Knoten hier an der Stelle. Alles klar. Ja, ich denke, das war die Terminologie. Es gibt noch Knoten, die tatsächlich gar keine weiteren Nachfolger, die gar keine Child Nodes besitzen. Das sind hier die Knoten 4, 5 und 6 in dieser Darstellung. Diese Knoten haben auch einen besonderen Namen. Das sind die sogenannten Blätter oder Leave Nodes. 4 ist ein Knoten ohne weiteren Nachfolger. Hier unten gibt es gar nichts weiter in der Hierarchie. Nichts ist hier angeordnet. 4 ist ein sogenannter Leave Node, genau wie 5 und 6 Leave Nodes sind. 3 ist kein Leave Node, denn 3 hat ein Kind, die das Left Child mit der Nummer 6. Okay, ich denke, jetzt war fast durch. Natürlich, worauf ich noch hinweisen wollte, ist, dass wenn ich den Baum hier so von oben nach unten irgendwie durchlaufe, ich mich also immer tiefer in die Baumstruktur reinbewege, dass ich dann mich in den sogenannten Ebenen des Baumes bewege. Hier oben, die Wurzel ist der einzige Knoten, der sich auf der Ebene 0 befindet. Okay, einen Schritt von der Wurzel nach unten, dort wo sich die Kinder der Wurzel befinden, bin ich auf der Ebene 1 angelangt. Die Kinder der Kinder der Wurzel, die Großkinder der Wurzel, befinden sich hier bereits auf der Ebene 2 und so fort. So kann man jedem Knoten, der sich hier in so einem Binärbaum angeordnet hat, tatsächlich genau einer Ebene zu weisen. Alles klar, diese Ebenen, die werden noch wichtig werden, werden wir jetzt gleich auf den nächsten Folien sehen. Das ist sowieso ein ganz allgemeiner Begriff, der sich in der Besprechung und Diskussion von Baumstrukturen durchgesetzt hat. So, ich denke, damit sind wir eigentlich in unserer Diskussion durch. Jetzt hatten wir irgendwie der Knoten 1 mit Wurzel und die Knoten 4, 5 und 6 mit Leaves oder Blättern extra Namen bekommen, voll ungerecht gegenüber den Knoten 2 und 3, die einfach hier nur in der Mitte sitzen und keine besonderen Namen haben. Sie sind nämlich keine Blätter und sie sind nicht der Wurzelknoten. Das sind einfach die sogenannten inneren Knoten oder auch die Inner Nodes. Okay, so ich glaube, jetzt sind wir von der Terminologie wirklich komplett. Also eigentlich eine sehr, sehr einfache hierarchische Containerdatenstruktur. Und ich hoffe, die entsprechende Terminologie, die Vokabeln, die dazugehören, die prägen sich so einigermaßen mit der Zeit ein. So, wir werden tatsächlich Binärbäume benutzen, um Priority Queues zu implementieren. Denn Heaps, die Implementationsdatenstruktur, die wir benutzen wollen, sind nämlich spezielle Binärbäume. Okay, und das ist genau das, was wir hier auf den beiden nächsten Folgen erläutern wollen. Wenn ich Priority Queues bauen möchte, dann kann ich sie mit Heaps bauen. Okay, Heaps sind Binärbäume, wie ihr hier schon auf der Slide irgendwie hervorgehoben seht. Es sind aber spezielle Binärbäume, die Invarianten, nämlich genau zwei Invarianten erfüllen müssen. Okay, ein Priority Queue als Heap implementiert, sauber. Ein Heap ist ein Binärbaum, der zwei Invarianten erfüllt. Okay, unseren Binärbaum, genau wie auf der Slide zuvor, werden wir natürlich mit Knoten versehen. Und diese Knoten besitzen Labels, also Markierungen. Und im Fall der Heaps sind diese Markierungen genau die Prioritäten der Elemente, diese Integers-PI, den wir unseren Elementen irgendwie mitgegeben haben. Ihr wisst unsere Annahme in diesen Videos, die Elemente sind gleich ihren Prioritäten. Also werden wir jetzt gleich auf den nächsten Folien irgendwie Heaps gezeichnet sehen. Und die Knoten tragen tatsächlich Integer-Markierungen. Dann sind es die Prioritäten gleich die Elemente, die wir in unseren Heaps irgendwie gespeichert haben. Alles klar. Was sind die beiden Invarianten? Was sind die beiden Restriktionen, die beiden Bedingungen, die wir an die Binärbäume stellen, wenn sie denn wirklich korrekte Heaps sein wollen? Es sind die Invarianten H und S, wie ich sie genannt habe. H und S, weil wir sie gleich in den folgenden Folien und auch in dem Code, den wir schreiben werden, dauernd referenzieren werden. Darum diese beiden Abkürzungen H und S. Alles klar. Wir werden gleich die Implementationen von Heap-Operationen, von Manipulationen von diesen Binärbaumstrukturen anschauen. Und teilweise sind diese Manipulationen nicht ganz trivial, aber wir brauchen schon so ein paar Zeilen an Code, um sie zu implementieren. Und man kann sich jeweils fragen, Mensch, diese Struktur, diese Zwischendatenstruktur, diese Binärbaumstruktur, die du jetzt eben gerade hergestellt hast, ist das eigentlich noch ein korrekter Heap? Und die Antwort darauf ist, wenn alle deine Manipulationen an den Baumstrukturen komplett sind, du drehst den Baum ordentlich durch die Mangel, weil du ein weiteres Element hinzufügen willst oder weil du gerade ein entsprechendes Element gelöscht hast, dadurch ändert sich die Struktur des Baumes, okay. Wenn diese Operation abgeschlossen ist, wenn alle unsere C0-Statements zur Implementation von Insert oder Delmin zum Beispiel abgelaufen sind, dann müssen die beiden Invarianten tatsächlich wieder gelten. Keine Ausnahme. No questions asked. Während der Body unserer Funktion abläuft, während wir tatsächlich gerade an den Baumstrukturen rumdrehen, werden wir Situationen erleben, in denen temporär, in denen lokal die beiden Invarianten H und S tatsächlich verletzt sind. Besonders werden wir sehen, dass teilweise temporär und lokal H verletzt wird, okay. Das ist in Ordnung, solange wir nur das kompensieren und reparieren, bevor die entsprechende Insert- oder Delmin-Routine auf unseren Heaps irgendwie ihre Arbeit beendet hat, müssen H und S wieder hergestellt sein. Das ist genau das, was hier an diesen Bullet Points irgendwie hier zu bemerken ist. Okay, ja, dann lass uns doch ganz kurz einen Blick auf diese Invarianten H und S werfen, äh, werfen, sorry. Hier gibt es die Heap-Invariante H, ja, das ist die Heap-Invariante. Es gibt nachher noch eine andere Variante, die Shape-Invariante, die nennt sich S, soll also einfach hier nur an den Anfangsbuchstaben der Variante erinnern, okay. Die sagt aus, der Label jedes Knotens, jedes Knotens N, ich sag mal N für Node, Knoten, okay. Das Label jedes Knotens N ist kleiner oder gleich des Labels der Kinder von N, okay. Das ist eine Invariante, die sehr schön lokal zu entscheiden ist, okay. Ich nehme mir einen entsprechenden Knoten, irgendeinen beliebigen Knoten aus meinem Binärbaum, aus meinem Heap her, checke das entsprechende Label dieses Knotens, okay, merke mir das Label, checke dann auch die beiden Labels der Kinder, die unter mir sind. Vielleicht liegt nur ein Kind unter mir, vielleicht liegt auch gar kein Kind unter mir, dann ist überhaupt gar nichts zu checken. Sollte ich als Knoten aber Kindknoten, Child Notes, besitzen, dann gilt, dass die entsprechenden Labels meiner Kinder größer oder gleich sein müssen des Labels des Knotens N, den ich mir gerade herausgegriffen habe, okay. Der Parent trägt immer ein Label, das kleiner oder gleich ist der Labels der Child Notes, okay. Damit ist ganz klar, die Wurzel in so einem Heap, in diesem speziellen Binärbaum, muss tatsächlich das kleinste Label tragen, okay. Wenn ich mich durch die Ebenen meines Baumes bewege, dann dürfen die entsprechenden Labels eigentlich immer nur größer werden, okay. Die entsprechende Wurzel trägt das kleinste Label, das geht überhaupt gar nicht anders, sonst ist die Heap-Variante an der Stelle tatsächlich verletzt. Okay, das ist die Heap-Invariante. Und die zweite Invariante ist die sogenannte Shape-Invariante, die ich auch abgekürzt habe hier mit S. S wie Shape, okay. Die Shape-Invariante kontrolliert, wie ein Baum, ein Binärbaum, der ein Heap sein möchte, langsam wächst. Okay, wenn wir den Baum gerade neu kreiert haben, tatsächlich nur einen einzelnen Knoten dort platziert haben, dann wird seine Shape, seine Baumform, tatsächlich diese Form besitzen müssen. Es geht gar nicht anders. Das ist ein Baum, der genau einen Knoten besitzt. Dieser Knoten hier ist übrigens gleichzeitig Wurzelknoten und Blattknoten. Okay, dieser Knoten besitzt keinen Parent, besitzt keinen Vorgänger, das macht ihn zum Wurzelknoten. Dieser Knoten besitzt keine Nachfolger hier unten, das macht ihn zum Blattknoten. In diesem speziellen Baum, in diesem Heap, in diesem Binärbaum, der nur einen Knoten beinhaltet, ist der Wurzelknoten auch gleichzeitig der einzige Blattknoten. Okay, alles klar. Sobald der zweite Knoten hinzukommt, ist es schon die Frage, wo genau werden wir diesen zweiten Knoten platzieren unterhalb der Wurzel? Wird es das linke oder das rechte Child unterhalb meines Wurzelknotens sein? Und die Shape-Invariante gibt uns darüber Auskunft. Okay, wir bauen den Baum von der Wurzel aus, Ebene für Ebene. Okay, von links nach rechts innerhalb einer Ebene. Alles klar. Okay, also wir lassen den Baum nicht beliebig wachsen, sondern richtig strikt Ebene für Ebene. Und die Ebenen werden strikt von links nach rechts aufgefüllt. Okay, der zweite Knoten hier wird eine neue Ebene aufmachen müssen. Hier sehen wir ihn schon. Und da wir die Ebene von links nach rechts auffüllen müssen, ist es ganz klar, dass das linke Kind hier, the left child, muss das erste Kind sein, das wir unserer Wurzel irgendwie zugeordnet haben. Der nächste Knoten wird die Ebene auffüllen müssen. Okay, und kann nicht hier drunter angesetzt werden. Wir müssen Ebene für Ebene den Baum auffüllen. Also wird zuerst diese Ebene Nummer 1 kompletiert. Das left child existiert schon. Der nächste Knoten wird das right child, das letzte Child hier in dieser Ebene sein. Okay, ab jetzt jeder neue Knoten, der nächste neue Knoten wird eine neue Ebene öffnen müssen. Hier in dieser Ebene sind keine weiteren Knoten mehr zu platzieren. Die Wurzel hat nur genau zwei Child Nodes. Okay, neue Ebene aufmachen. Die Ebene wird von links nach rechts aufgefüllt. Damit ist ganz klar, der linke Knoten hier in Ebene 1 wird ein left child in der Ebene 2 bekommen. Das ist der erste Knoten in der Ebene 2. Der nächste Knoten füllt die entsprechende Ebene hier von links nach rechts auf. Dieser Knoten existierte schon. Das ist der nächste Knoten. Okay, und so weiter und so fort. Ihr seht schon, wie sich der sechste Knoten hier ansiedelt. Das ist das left child, das right child, der Wurzel. Okay, und hier, das ist der letzte Knoten, der noch eh in der Ebene 2 Platz findet. Ganz rechts außen. Jetzt sind die ersten drei Ebenen mit sieben Knoten voll befüllt. Der nächste Knoten würde die Ebene 3 aufmachen. Natürlich als left child des linksten Knotens in der Ebene 2 und würde genau hier, wo ich jetzt gerade das Highlight setze, irgendwie tatsächlich aufgefüllt werden müssen. Das ist die Shape-Variante, okay, die die Baumform bestimmt. Nur Bäume dieser Art. Nur Bäume dieser Art sind tatsächlich valide Heaps. Binärbäume können beliebige Formen irgendwie annehmen. Heaps müssen sich tatsächlich an die Shape-Variante halten, okay. Die Konsequenz aus der Shape-Variante ist, dass allein die Anzahl der Knoten, die übrigens genau der Zahl, die ich hier oben angegeben habe, entspricht in meinen Beispielbäumen, die Anzahl der Knoten alleine bestimmt schon eineindeutig die Baumform, okay. Ich kann nur einen Heap zeichnen oder aufbauen von seinem Shape, von seiner Form her, der vier Knoten besitzt. Der muss diese Form hier besitzen. Es gibt keine andere alternative Variante dazu. Alles klar. Allein die Anzahl der Knoten, in diesem Fall vier, bestimmt schon eineindeutig die entsprechende Shape, die Baumform unseres Binärbaums, die wir hier aufbauen. Heap-Variante H sagt uns, das entsprechende Label hier muss minimal sein. Hier finden sich Labels, die mindestens so groß sind, wie das in der Wurzel. Hier befindet sich ein Label, das mindestens so groß ist, wie das in dem entsprechenden Parent da drüber. Das ist die Heap-Invariante H. Die Shape-Invariante beschreibt uns, schreibt uns die Baumform vor. Sollten H und S, die beiden Invarianten, erfüllt sein, ist ein Binärbaum tatsächlich ein Heap. Okay. Wie uns diese Heap-Datenstruktur und tatsächlich nachher die Implementation von Heap-Insert, Heap-Min und Heap-DelMin sehr, sehr, sehr einfach machen werden, das ist etwas, wofür wir jetzt super vorbereitet sind. Und genau diese Diskussion folgt jetzt in dem nächsten Video. Das wird das Video 58 sein, wenn ich hier auf meinen Spickzettel schaue. Genau das wird es sein. Hiermit etwas kürzeres Video beendet. Baumstrukturen, Heaps, Shape und Heap-Invarianten. Genug Stuff für dieses Video. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Im Video 58 geht es weiter, hier aber nicht mehr. Ciao. Haut rein.